Holzstege prägen auf Sylt vor allem an der Westküste das Landschaftsbild mit. Die Besucherströme werden so besser gelenkt, die empfindliche Dünenlandschaft bleibt unberührt. Der Steg, der von Wenningstedt aus in Richtung Norden führt, wird momentan repariert und ausgebessert und kann vorerst nicht genutzt werden. Durch die exponierte Lage hoch über dem Strand müssen die Holzelemente regelmäßig erneuert werden. Pünktlich zur Sylt-Saison werden die Arbeiten dort beendet sein.